Die Sensation ist perfekt. Der 52. Super Bowl geht an die Philadelphia Eagles. In einer bis zum Ende spannenden Partie setzte sich die Mannschaft um Ersatzquarterback Nick Foles dabei gegen die als Favoriten gehandelten New England Patriots durch. Der Titelverteidiger unterlag am Sonntagabend in einem Offensivspektakel mit 41 zu 33 und musste den Eagles ihren ersten Super Bowl überlassen. Die Außenseiter verhinderten damit den dritten Titeltriumph der Patriots in Serie. Auch Starspielmacher Tom Brady konnte daran nichts ändern. Zum wertvollsten Spieler der Begegnung im US Bank Stadium in Minneapolis wurde denn auch zu Recht Ersatzmann Foles gewählt, der seine Eagles bereits durch die Playoffs getragen hatte. Für Unterhaltung beim wohl größten Einzelsportspektakel der Welt sorgte Sänger Justin Timberlake vor fast 70.000 Zuschauern im Stadion und Millionen vor den Fernsehgeräten.